Herzlich Willkommen bei AJ Barbecue. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin's, euer Andi und heute machen wir, wie jedes Mal, richtig geilen Scheiß für euch. Wir schmeißen den Dutch Ofen wieder an. Heute will ich nämlich wissen, Sauerbraten geht es zum einen auch im Dutch Ofen und geht es auch ohne 3 bis 14 Tage einlegen. Das ist unser heutiges Experiment. Ihr seid live dabei und wenn ihr sehen wollt, was dabei rauskommt, dann bleibt dran. Ja, seid gewiss, ich zeig's euch. Für unser heutiges Rezept brauchen wir hier natürlich unseren Hauptdarsteller, ein wunderschönes Bürgermeisterstück. Schaut euch mal an, wie schön das marmoriert ist. Ein kleiner Traum. Ein paar Zwiebeln, jede Menge Gewürze, da sind drin, Pimentkörner, da sind drin, Wacholderbeeren, Nelken sind drin, da unten liegen noch ein paar Lorbeerblätter. Das hier, das ist Soßenkuchen, Salz, Pfeffer, Wasser, Rinderbrühe, Weißweinessig und natürlich wie immer was zum Stärken. Starten wir heute mal mit unserem Anzündkamin. Da sind jetzt 24 Briketts drin, die ich zum Glühen bringe. Der Dutch Ofen stellen wir gleich oben drauf, dass der heiß werden kann und wir schneiden jetzt einfach mal rückzuck die Zwiebeln. Mehr haben wir schon nicht zu tun. Das wird heute ein richtig regelrechtes Blitz-Sauerbraten-Rezept. Lasst es euch ruhiger mal überraschen. Im Dutch Ofen, der schon heiß ist, habe ich jetzt das Wasser drin, die Zwiebeln, der Essig ist reinkommen, Zucker gebe ich mit rein und logischerweise die ganzen Gewürze. Das lassen wir kurz aufkochen, sodass sich einfach nur der Zucker auflöst und dass sich diese ganzen Aromen richtig schön miteinander verbinden, dass das eine richtig schöne intensive Beize wird. Dann nehme ich die Beize raus, sobald das ein bisschen gekocht hat und putze mir den Dutch Ofen. Das mache ich, weil da müssen wir jetzt logischerweise noch schnell das Fleisch anbraten, gell? Und schaut euch jetzt einmal dieses wunderschöne Stück noch einmal an. So manches Steak würde sich nach einer solchen Marmorierung ohne Schmarrn die Finger lecken. Wahnsinn! Gewürzt habe ich es logischerweise noch nicht. Das kommt jetzt dann erst im Nachgang, wenn wir es ringsherum anbraten haben und würzen natürlich ausnahmslos nur mit Salz und Pfeffer. Mehr braucht dieses Stück nicht. Die restlichen Aromen kommen aus der Beize. Vergesst den Stoß nicht. Ja, und dann ist es schon soweit. Wir können die restlichen Zutaten wieder in den Dutch Ofen zu unserem Fleisch bringen. Das hier, das war jetzt die Rinderbrühe. Dann kommt die gesamte Beize da rein. Ja, und jetzt dauert das Ganze insgesamt drei Stunden. Alles cool. Das wird regelrecht, regelrecht geiler Scheiß. Ein Blitz Sauerbraten. Sobald das kocht im Dutch Ofen, wird natürlich der Deckel zugemacht. Und der Dutch Ofen stand umgebaut. Ich gebe neun Kohlen unten rein, die restlichen oben auf den Deckel. Und wie gesagt, insgesamt drei Stunden. Aber in zwei Stunden sehen wir uns wieder. Da geht es nämlich mit dem nächsten Arbeitsgang weiter. Wir haben jetzt ungefähr zwei Stunden. Das ist da drin. Wir haben noch einmal Kohle nachgelegt. Müsst ein bisschen drauf aufpassen. Jetzt schauen wir da mal rein. Ich mache da jetzt einmal auf. Da blubbert es vor sich hin. Was wir jetzt machen, wir haben hier unseren Soßenkuchen. Soßenkuchen ist nichts anderes als nicht so ganz so süßer Lebkuchen. Ihr könnt auch ein Schwarzbrot nehmen. Den bröseln wir da jetzt richtig schön rein. Der bindet uns diese Flüssigkeiten. Und dann haben wir später eine richtig schöne, feine Soße. Jetzt machen wir den Deckel wieder drauf. Ja, da ist er. Und dann lassen wir das nochmal, ja, eine Stunde wird es schon noch brauchen. Dann lassen wir das nochmal eine Stunde vor sich hin können. Und dann, dann geht es ans Eingemachte. Dann essen wir. Freunde, wir haben jetzt gute drei, fast dreieinhalb Stunden hinter uns gebracht. Das Essen ist endlich fertig. Ihr habt es noch gar nicht reingeschaut. Ich glaube, der Flo kommt noch schnell rum mit der Kamera und zeigt euch einmal, wie es da in dem Dutch Oven jetzt ausschaut. Auf, komm. Geil, oder? Es riecht schon mal phänomenal, Freunde. Ich lege das einmal auf den Träger ab. Der brennt eh halb. So, jetzt holen wir das Fleisch da raus. Dann schneiden wir uns da zwei, drei Scheiben runter. Und wir sehen uns zum Fazit wieder. Bisher habe ich euch gezeigt, wie ich es gemacht habe. Aber der Sauerbraten hat natürlich auch ein Originalrezept. Der Sauerbraten ist eigentlich typisch traditionell deutsch. Was der Sauerbraten immer gemein hat, ist, dass er erst eingelegt wird in einer Beize. Die Beize besteht meistens aus Wein oder Essig oder beides gemischt. Und das bewirkt einfach, dass die Muskelfasern, die Sehnen und das Gewebe, das wird zersetzt. Der wird drei bis vierzehn Tage teilweise, wird der eingelegt. Zehn bis vierzehn Grad warm. Meine Idee heute war, wollen wir mal probieren, ob man Sauerbraten auch hinbekommt, wenn man den nicht einlegt. Was dabei rausgekommen ist, das zeigen wir euch natürlich. Traditionell gibt es bei uns natürlich auch hier Blaukraut und Knödel, den wir im Grill ein bisschen aufknuspert haben. Ganz eine tolle Nummer. Wir sind ja jetzt endlich auch fertig. Deswegen werden wir jetzt mal probieren. Also riechen tut es fantastisch. Habe ich glaube schon während dem Video ein paar Mal erwähnt. Und Konsistenz, nein. Schaut mal her, das lässt sich da richtig schön auseinanderreißen. Also wenn das nicht weich ist, was denn dann? Wenn es jetzt auch noch schmeckt, wie ein Sauerbraten, ausschauen, tut es wie einer. Es riecht wunderbar nach Rindfleisch. Freunde, ist das ein Traum. Es ist zugegebenerweise. Es ist nicht so sauer. Was natürlich daran liegt, dass es nicht eingelegt war über Tage oder Wochen. Aber es ist butterweich. Ein gutes Stück Rind. Es war jetzt ein Bürgermeisterstück. Ihr habt es gesehen. Richtig schön durchwachsen. Richtig schön marmoriert. Nicht durchwachsen. Durchwachsen ist das falsche Wort. Absolut zart. Es ist ein Wahnsinn. Und ich kenne ganz viele Leute, meine Frau eingeschlossen, die das mit dem extrem sauer nicht mögen. Aber ansonsten ist das der Hammer. Ohne Schmann, Freunde. Es ist der Wahnsinn. Butterweich. Bei mir gibt es keinen anderen Sauerbraten mehr. Ganz ehrlich. Blaukraut dazu. Probiert es aus. Ihr werdet es nicht bereuen. Wieder einmal. Ganz ehrlich. Ich würde es euch sagen. Es ist geil. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Lasst es bis dahin uns wissen, was euch schmeckt. Ob es euch schmeckt. Schreibt es da unten rein. Wir sehen uns. Euer Andi und sein Team von AJ BBQ, der Alkogriller. Ciao. Macht es gut. Ich bin jeden Fall du. Die kleine Kneipe in unserer Straße. Da wo das Leben ist. Ich bin jeden Fall du. Die kleine Kneipe in unserer Straße. Da wo das Leben ist. Leben noch lebenswert ist.